so 20 armbust bolzen sehr schön und da hat sich auf jeden fall noch ein ding rumgetrieben ein wark den sollten wir ausschalten bevor wir speichern und da geht es wohl die crystal malz genau da hinten ist ein wark na falscher zauber jawoll und ein quit hinterher wark steak die truwe hatten wir schon oger einfrieren werde ich schlecht kein oger ist sogar noch besser glaube ich also ich würde zum glück keinen rumstampfen so dann einmal speichern und dann geht es wieder über den weg der schnecke in die kristallmine das ist nämlich unser letzter anlaufpunkt dumm잉 dumm 24, 25, 21, 22, 23, 24, 25, 21, 22, 23, 24, 25, und ja, in Zukunft muss ich bei den Reben auch achten auf Knöpfe, habe ich ja gemerkt. Aber nee, hätte ja sein können, dass hier irgendwie was geschlungen ist. Ach, ich weiß ja, wo ich was gefunden hatte. Genau. Spinnenviecher. Genau hier nämlich. Picke. Nein. Die Picke bringt absolut nichts. Du kannst auch mal da rein. Ihr seid nicht anklickbar. Ihr auch nicht. Also da ist ein Weg. Dahinter ist ein Weg. Und der führt hier lang. Deswegen habe ich irgendwie so den Verdacht, ja, dass ich mit der Wedelstein rumklicke, dass man da irgendwie durchkommt. Aber die Picke kann nichts. Aber da ist ein Knopf. Okay. Ein Sack. Mit noch mehr Pilzen. Okay. Leerer sagt, wird mal behalten. Und tatsächlich einem Ausgang. Sieg wird gefunden. Speicherplatz. Sack. 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 Saber. Heavy Weapon. Ja. Das wäre ein Grund gewesen. Fisch. Räucherfisch sogar. Ich würde die anderen Fische gerne räuchern. Ja. Ich weiß. Cannonball. Das da kann. Alles da rein. Ich kann keinen Container in einen Container packen. Nein. Also ihr auf dem Rückweg. Oh. Hi Jungs. Also der Zauber bringt schon mal nichts gegen euch. Oh. Das hat aber gesessen. Das hat echt gesessen. Okay. Das soll mal nichts gegen euch bringen. Muss ich halt ballern. Obwohl ich nicht weiß, ob das was bringt. Drei Steine. Äh. Jetzt bin ich. Was? Wieso bin ich hier? Ach. This is another way out. Gut. Arg. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier hinten hinkomme. Weil das ist nur... Das ist sowas von gemein. Jetzt dachte ich, jetzt hätte ich das ultimative gefunden. Dabei ist das nur so... Witz. Ja. Hier gibt es noch einen Weg. Aber wie man zu dem kommt... Also da durchschlagen kann ich vergessen. Also da durchschlagen kann ich vergessen. Der Weg könnte doch irgendwo hinführen. Hier sind irgendwo... Jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen, wie die Knöpfe hier unten aussehen können. Also ja, hier war so ein gemeiner Knopf wie in den... äh... Minen. Muss ich mal im Auge behalten. Den Weg da drüben. Also ja, das hat das geöffnet. So, einfach mal kaputt machen. Und Full Helmet brauchen wir nicht. Oh, wir haben ja schon den Quistal Helmet. Sehe ich gerade. Wo hatten wir den gefunden? Also fehlt uns nur noch 1, 2, 3 Teile. Dann haben wir... alle 6. Und den Meteoriten... Helm. Hier liegt nur Munition. Goldener Schlüssel wird halt gebraucht. Können wir da was durchlegen? Nein, wir können es nur auf den Boden schmeißen. Auch gut. Auch gut. Bei der Gelegenheit immer diese Holzverschläge nach solchen Knöpfen... untersuchen. Ich höre Spinnen. Ich sehe... Zeug... Zeug... Ja, darum sind definitiv Spinnis. Neuer mal das Licht. Also da kann ich nirgends hoch. Also geht es nur noch... runter. Also ja, die kleinen Spinnen sind mir egal. Ein Dietrich und ein Anti-Venom. Einen Lernsack habe ich ja schon mal. Der reicht. Okay, und das geht dann nur hier... hoch. Ich bin hier runtergeklettert. Ich kletter nochmal kurz runter. Ich bin hier runtergeklettert. Hier, hier, hier. Okay. Es gibt also keinen Weg nach oben. Da komme ich wahrscheinlich von woanders aus dann hin. Jo. Ding Knopf, Ding Knopf. Was genau machst du? Du machst die zu, die zu und... Okay. Das war nichts. Okay. Das war nichts. Das hat was genau gebracht? Achso ja. Ja. Erstmal noch nichts. Außer, dass ich... da runterfallen würde. So vielleicht eher. Ja. Und dann so. Gut. Und ja, ich suche jetzt... penibel nach Schaltern. Weit da drin waren, glaube ich, Spinnen. Jo. Da ist Spinnengruben... Gruben... Action. Achso. Schlüssel braucht man hier. Hier war nichts. Hier ist ein Kraut. Falkensgeier mal wieder. Und ja, wir können... sechs Wiederbelebungspotions machen. Wir können hier durch. Wir können hier durch. Es steht hier... Simul... 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 Simulacrum. Simulacrum. Okay, da drin wird irgendwas simuliert. Hier ist Spinnen... Time mal wieder. Hier könnten wir theoretisch noch runterklettern. Da werden wir wahrscheinlich auch bei den Spinnen landen. Oh, hi. Okay. Okay, wir haben eine schon mal eineisen können. Aber wir sind vergiftet. Okay, die lassen sich gut eineisen. Oh, und die haben auf jeden Fall... Eierstöcke. So. Schon wieder vergiftet. Gift ist nicht so toll. Habe ich mir sagen lassen. Au. So. Äh... Nicht so toll. Äh... Eingekesselt werden ist auch nicht gerade. Toll. Äh... Okay. Das ist auch nicht schön. Okay, ich muss laden. Ich hätte lieber an einem Fluchtweg denken sollen. Als ich da runtergeklettert bin. Jetzt bin ich wieder da ganz oben. Jetzt muss ich alles nochmal machen, oder? Komm lad. Und jetzt ist das ein bisschen ein kurzer Fahrt... Ja...